Musik Musik Bei der Firma Grissemann kommen einmal die grundlegende Die Salzwasserfische kommen aus Frankreich, Spanien, Holland, Italien. Die Süßwasserfische haben eine ganz gute Zucht in Oberösterreich. Mit der macht man eigentlich sehr viel und das meiste eigentlich. Der hat Zander, Wels, Forellen, Seeseiblinge, Huchenfilets, Karpfenfilets. Eigentlich die ganze Palette an Süßwasserfischen. Musik Ein Süßwasserfisch wird bei uns bestellt bis um halb elf am Vormittag. Und ist innerhalb 24 Stunden im Haus. Ein Salzwasserfisch dauert etwas länger. Der wird bestellt zum Beispiel am Montag am Vormittag bis um zehn. Und ist von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht im Haus. Also kurze Wege ist es um und auf für einen frischen Fisch. Musik Wenn der Kunde bei uns an der Fischtheke einen Fisch kauft und er will ihn filetiert haben oder portioniert haben oder gerätenfrei haben. Das wird für unsere Mitarbeiter da natürlich alles gemacht. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020